Da ist ja ein Lockpick. Ich bin hinter der Kiste. Ja, ist ja ganz toll. Pack die Scheiße weg. Ich will aber nicht alle finden. Ja, schieß mir doch ins Gesicht, ey. Der sieht mich nicht. Ich bin unsichtbar. Ja, und der schläft mit offenen Augen. Klar. Ja, gehen wir halt normal. Fuck you. Ja, jetzt ist da der Big Daddy auch noch. Ja, aufpassen. Au! Keine Gegner? Kann doch nicht sein, oder? Man hört mich doch durchs Wasser gehen, du Depp. Ich bin so lautlos. Der Typ muss echt taub sein, oder? Alter, ich stehe vor dem und der zieht mich nicht. Ach, ich muss bloß die Quantenpartikel beschaffen. Natürlich. Ja. Oh, das ist da hinten. Ne, kenne ich nicht. Damals in Bioshock Infinite, wo Loticia... Fuck, wie heißt der denn? Elizabeth. Ich bin nicht hier. Und er hat mich auch nicht gesehen. Ich verstehe nicht, warum gepanzerte Feinde... ...pfeil betäubt werden. In zwei Sekunden. Muss ja schon ein ganz starkes Gift sein, hey. Video von Fluppy. Er kann doch nicht so viel... ...draufgezundenes Ding. Wer ist das? War das der... ...Dosenfisch? Wie hieß denn der? Flunder. Bismarck. Ah! Hat er sie jetzt gerade angespritzt, oder was? Oh, shit. Ich werde ihm ins Gehirn rühren. Wo sind meine Augen, wenn das Ding da oben ist? Ah, fuck, ey. Komm, Nagel ins Gesicht. Ah, ins Auge. Ah! Na, komm. Zeig, wie er drauf hämmert. Los. Los. Das dauert viel zu lang, hey. Der hämmert ihr genüsslich im Auge rum. Immer diese modebewussten Kinder mit fünf Jahren. Und spritzen. Repariere den Big Daddy. Und das kaputte Klo. Und die Spülmaschine. Und das konnte ich nicht vorher lesen, oder was? Oh, ich muss jetzt sie opfern, das kleine Kind. Oh, das ist aber grausam. Ich habe gehört, da starben Hunde. Verdammte Scheiße. Stürzt das Ding ab, während der Szene mit dem Big Daddy. Es ist schon wieder da abgestürzt. Da zieht irgendein kleiner Zwerg meine Grafikkarte raus. Genau, wenn ich bei dem Punkt bin. Immer so... Pumuckl ist das. Ja. Ja. Wow. Oh, ich sehe immer einen Spiegel. Nein, jetzt nicht mehr. Schade. Ich bin auf der Maschine? Und da ist Booker. Nein. Ist das Comstock? Das kann nicht sein. Weil wir haben gerade den Code zur Aktivierung von Teil 1 gegeben. Und das ist die Puppe, wo er den Kopf verloren hat. Du Scheiße, ist das kompliziert. Wer ist dann... Und warum ist sie so blutverschmiert, hey? Jetzt sind wir tot? Ich bin sprachlos. Kauft euch das Spiel. Ich bin sprachlos. 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 Ich bin sprachlos.